Ich hab' gar nichts gemacht Ich hab' gar nichts gemacht Ich hab' gar nichts gemacht Wichtig! Die nahe folgenden Videos sollen keine Person in irgendeiner Weise beleidigen oder angreifen Alles dient lediglich der Unterhaltung Ich hasse es, wenn... Wenn Orange im Orange irgendwas einspricht Imor! Braum! Oh, der Auge Kiss a Homie, Leute, Kiss a Homie Sie ergeht mir bestimmt fremd Die Jungs und ich alter beim nächsten so sehe ich mich so hart das machen ich öffne das fenster für fünf sekunden die mögeln der ist komplett runter gefahren du scheiß schön eine runde rade hallo how are you i am under the water wie andere geweckt werden wie ich geweckt werde wie alter jungen ich will so keine ziege haben wie warum all right guys here is the challenge whoever blows the hardest into the noodle gets water in the other person we have to take this place Wer mir gegenüber sitzt, muss ich glaube ich gar nicht erklären. Ihr kennt ihn wahrscheinlich alle. Toxic. Bruder, ich habe gerade deine Mutter gefragt, ob ich hier übernachten kann. Sie meint ja, Alter. Der Bruder hatte kurz mit seinem Leben gespielt. Erstmal meine Mutter pränken. 12 Sekunden später. Oh nein. Oh nein, Dicker. Ey, oh mein Gott, Leute, einfach meine Mutter hat gesagt, wir fliegen nach New York. Bro, New York. Ey, ich nehme euch auf jeden Fall mit, wir sehen uns in New York. Ey, Leute, wir sind gerade in der Türkei, aber ich glaube, das ist einfach nur ein Zwischenstopp. Wir sehen uns in New York. Blue-Karten gibt es hier? Okay. Robert, sprengt die Bank. Das hat mal ein bisschen Kleingeld gegeben. Jetzt habe ich mal hier so 2,5 Millionen geholt. Die sollten ja mal bis heute Abend reichen. 2,5 Millionen? Was? Leute, ich habe die perfekte Mückenfalle entdeckt. Die Mücke landet auf dem Salz, weil sie denkt, das ist Zucker. Sie kriegt Durst. Sie sucht Wasser. Aber in dem Deckel ist Vodka. Aha. Sie betrinkt sich. Okay. Stolpert über den Stock. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Und fällt mit dem Kopf auf den Stein. Ich weiß nicht, Bro. Ich, 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 also, ich will jetzt echt nicht schlecht reden, aber ich weiß nicht, ob das funktioniert. Die Zeiten kommen wieder hochbildlich. Die Brays nehmen das System hops. Yo, what the fuck? Auf Baumarkt angelehnt, Alter. Weiß ich ja nicht. Du bist nicht. Was geht eigentlich mit diesem Kameramann an? Bro, wie läuft der Kameramann dir die ganze Zeit hinterher? Run. Du musst überhaupt nicht nachvollziehen, warum dieses Schiff jetzt da fahren muss, wo ich mit Ebony schwimmen gehen wollte. Das ist... Ja, verstehe ich aber, Digga. Warum muss das Schiff auf dem See fahren? Ist mir scheißegal! Heidi! 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 Deine Pfalzinn! Bitte! Bitte! Ich bitte dich! Ich bitte dich! Ich bitte dich! Du Arschloch! Du Arschloch! Ich schwere! Okay! Du Arschloch! 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 Alter! Chat! Merlin! Das geht besonders an dich! Alles über fünf Zentimeter zu viel! Chat, wie fühlt ihr euch? Oh mein Gott! Scheiße, Mann! Tür ist abgeschlossen, Mann! Scheiße, Tür ist abgeschlossen, Mann! Wie komm ich jetzt nur da rein? Wie komm ich jetzt da rein? Wie komm ich jetzt da rein? Nein, 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 nein! Ich versuch' ein Tipp für mich? Oh mein Gott! Oh mein Gott, du bist drin! Du hast es geschafft! Du hast es geschafft! Die Berührung Paris und Leclerc! Ich sag's doch, das nächste Kiesbett kommt nicht stimmt! Ja, aber wie auch Filme denn um Himmels Willen versuchen, ausnahms und da schnellen Kurbel zu holen! Die Jungs haben Angst um ihr Leben! Alter Junge! Ich werde dir zeigen, was Respekt ist! Ich hol' mir deinen Arsch! Ich werde dich ficken, ergänzend, stechen! Ich werde dich und deine Kumpel aufwecken! Ich brech' dir deine Fresse! Ich zünde deine Welt an, du linker Bengel! Du wirst Blutpissen! Du wirst Blutpissen! Oh, ja! Nice cheating! Okay, ready? 3, 2, 1! Go, go, go! Ah! You gotta get up some time! You gotta get up some time! You gotta get up some time! Die gruseligsten Momente der Welt! Ping-Tong bist du böse! Philipp, bitte helf mir aus dem Komma raus und dann links! Und dann... Nein! Aus dem Komma raus und dann rechts und dann links! Bis zum unten, bis zum dieser komische Schattuch! Ich bin am kotzen, schnell! Okay, woher jetzt nochmal hin? Die sind evil! Echt? Die sind einfach evil! Ja, aber das Schlimmste war tatsächlich wirklich Aries! Oh, damn! Und bei, bei äh, Frauen war's ähm, äh, Fisch, Pisces. Oh! Warum? Way too emotional! Kann man bitte nicht alle fünf... Ah! perchéBow! Oh- precis.- Stuck! 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 Stuck!